Die Mitglieder der Barleber Arbeitsgemeinschaft Digitale Fotografie trafen sich am vergangenen Wochenende zu ihrer ersten gemeinsamen Fotoexkursion. Man hatte sich auf das Gelände des Eisenbahnmuseums am Magdeburger Hafen geeinigt und so suchte hier jeder für sich nach passenden Motiven. Im Mittelpunkt stand wie immer bei den Barleber Amateuren die Suche nach dem guten Bild, unabhängig davon mit welchen technischen Hilfsmitteln es entsteht. Bei der nächsten Zusammenkunft in den Räumen des MGZ Barleben werden die Bilder ausgewertet und gemeinsam Kritik geübt, denn auch das muss man aushalten. Untertitelung des ZDF, 2020